Einen schönen guten Tag, hier ist das Deutsche Rote Kreuz in Kassel, der Hausnotruf. Wie können wir Ihnen helfen? Herzlich willkommen in der Hausnotrufzentrale des Deutschen Roten Kreuzes in Kassel. Ich bin heute hier, um Ihnen die Notrufzentrale des Roten Kreuzes in Kassel vorzustellen. Mobilität und Sicherheit gehören zusammen. Der DRK-Mobilruf mit eigener Zentrale in Kassel bietet nicht nur moderne Kommunikationstechnik, sondern professionelles Notfallmanagement auf dem neuesten Stand. Mit einer ganz auf Sie zugeschnittenen Mobilruflösung vom Deutschen Roten Kreuz schöpfen Sie das heute verfügbare Maximum an Sicherheit bei all Ihren Aktivitäten aus. Darüber hinaus bietet der DRK-Kreisverband Kassel-Wolfhagen ein breites Spektrum an Pflege im privaten Umfeld. Leben im Alter, in den eigenen vier Wänden, unterstützt durch die qualifizierten Pflegekräfte des DRK. Informieren Sie sich unverbindlich in der Geschäftsstelle im Königstor 24 in Kassel. Leben im Alter, in den ganzen heutigen Berge, in den gesamten Kreuz